hallo meine süßen ihr wundert euch wahrscheinlich warum ich hier mit drei wunderschönen geilen sexy damen hier im bett liege ja wer mich kennt der weiß ja dass ich total auf mädel stehe und ja ihr seht hier katja krasavice ja mit katja habe ich ja schon ein richtig heißes video gedreht mit julie love auch schon und ganz neu im bunde ist mary witt der name sagst du schon und du warst glaube ich heute die feuchteste von allen wenn wir am ham hat richtig geilen mädels abend gehabt und ja wenn ihr wüsstet wie wir eben aussahen also wir waren jetzt schon alle unter der dusche und haben uns noch mal frisch gemacht ich habe mit voll mit und ich hatte überall sekt der war total verklebt und wir haben uns gerade ein bisschen geduscht und wieder frisch gemacht weil so wollte ich jetzt nicht vor die kamera aber das video gibt es natürlich auf www.mikaela.fun da könnt ihr uns dann nämlich so sehen so verklebt und so voll gespritzt und katja hatte sogar rote seile oben ja ich wurde dazu genötigt zu kommen und da war ich auch ein bisschen neidisch und was ich übrigens nicht in ordnung fand mädels das ist echt scheiße ich bin nicht gekommen also das ist mir aufgefallen alle sind gekommen alle wurden zum orgasmus gebracht außer ich nicht wie kommst das nächste mal gleich feiner für ich verstehe aber nicht woran lassen das habe ich ein bisschen persönlich gemacht es hat doch irgendwie keiner für nötig empfunden mich zum orgasmus zu bringen ich durfte überall schön mit rubbeln und mit küssen und alles aber ja zum orgasmus hat mich leider keiner gebracht aber na gut vielleicht im nächsten video genau vielleicht im nächsten video vielleicht würde ich auch sagen also meine lieben also geht auf www.mikaela.fun da seht ihr auch alle meine anderen erotik videos ja und ich kriege immer ganz viele e-mails und werde gefragt wo man meine ganzen videos seht ihr seht ihr wirklich nur dort ja das ist ja meine website sozusagen für ja etwas versautere dinge und da könnt ihr auch noch ganz ganz viele andere videos sehen unter anderem auch noch mit katja und auch mit jolie und mit ganz vielen anderen heißen mädels also er schreibt in die kommentare wie das video fandet und ja vielleicht auch wie ich kommen soll dann im nächsten video auf jeden fall auf jeden fall und wenn vielleicht auch ein paar mädels zuschaut also ich brauche immer nachschub ja also eigentlich verwende ich jedes mädel nur als verwenden habe ich mit jedem weder immer nur sex oder will ich im bett so maximal dreimal ja und ich brauche nachschub also wenn ich glaube ich schon dreimal erst also einmal noch mit dir und mit dir war ich auch schon auf gott es will aber auch wenn du ein heißes mädel bist dann kannst du dich auch gerne bei mir bewerben ja dann kannst du mich gleich nächstes mal zum orgasmus bringen also checkt auf jeden fall das video ich freue mich auf eure kommentare und hinterlasst gerne ein like